Meinung ungeschminkt. Heute mit Hans-Ulrich Jakob, Präsident von Gigahertz.ch. Dringende Warnung vor 5G. Steven Mollenkopf, CEO des US-amerikanischen Chip-Herstellers Qualcomm, ist überzeugt, der neue Mobilfunkstandard 5G, das heißt der fünften Generation, wird eine Revolution auslösen. Er vergleicht den Wechsel gar mit der Einführung der Elektrizität. Das neue Netz soll dem Konsumenten mehr Datenleistung bringen, hundertmal schneller surfen als heute, autonomes Autofahren dank ultrakurzer Reaktionszeit ermöglichen und riesige Datenmengen in der Industrie verarbeiten. Der größte Schweizer Mobilfunkanbieter Swisscom will das ultraschnelle Mobilfunknetz 5G bereits in diesem Jahr, 2018 einführen und zählt den ursprünglich für 2020 geplanten Start um zwei Jahre vor. Heute senden die bestehenden Netze 2G, 3G und 4G im Bereich von 790 Megahertz bis maximal 2,6 Gigahertz und dürfen je nach Netz nicht mehr als 5 bis 6 Volt pro Meter strahlen. Damit 5G in Zukunft die riesigen Datenmengen in kürzester Zeit bewältigen kann, müssen aber höhere Frequenzen eingesetzt werden. Ab diesem Jahr 3,5 Gigahertz und später dann im Mikrowellenbereich zwischen 6 und 100 Gigahertz. Oberhalb von ungefähr 7 Gigahertz verkürzen sich die Wellen aber so stark, dass sie sich deutlich schlechter ausbreiten und von Gebäuden und Bäumen schneller aufgehalten werden. Wie sollen diese hohen Frequenzen dann übertragen werden und was bedeutet das in Bezug auf die Strahlenbelastung für Mensch und Umwelt? Der Schweizer Verein Gigahertz.ch, der sich seit Jahren für den Schutz vor schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung einsetzt, ist diesen Fragen nachgegangen. Dazu untersuchte er eine Schrift der schwedischen Firma Ericsson, welche der Swisscom die Ausrüstung für 5G-Basisstationen inklusive Antennenanlagen liefern wird. Sehen Sie im Folgenden die wichtigsten Auszüge aus einem Artikel von Hans-Ulrich Jakob, Präsident von Gigahertz.ch, der unter dem Titel »Dringende Warnung vor 5G« am 25. Juli 2018 veröffentlicht wurde. Die Firma Ericsson liefert 5G-Basisstationen für die Frequenzbereiche 3,6 und 28 Gigahertz. Das sind die Wellenlängen von 8,3 cm respektiv 1,15 cm bei 28 Gigahertz. Eine Faustregel lautet, ist die Wellenlänge kürzer als die Mauerdicke, geht fast nichts mehr hindurch. Wie Ericsson und damit auch Swisscom diesen physikalischen Nachteil überlisten wollen, zeigen nachfolgende Folien. Bei der bisherigen Ausbreitungsart von Mobilfunkstrahlung im 2G, 3G und 4G-Modus war man darauf bedacht, die Nachbarfassaden nicht an, sondern zu überstrahlen, um eine möglichst große Zone zu versorgen. Denn hinter den Häusern herrscht Funkschatten, respektiv schlechte Verbindungsqualität. Eine Antenne muss demnach möglichst hoch oben stehen. Bei 5G wird alles anders. Weil man mit 3,6 respektiv 28 Gigahertz Mauern fast nicht mehr bis überhaupt nicht mehr durchdringen kann, muss praktisch jede Fassade einzeln angestrahlt werden. Das heißt, es muss mindestens alle 100 Meter eine Mobilfunkantenne möglichst tief unten angebracht werden. 100 Mal mehr Daten in 100 Mal höherer Geschwindigkeit wird versprochen. Wir haben immer gerätselt, wie das wohl gehen soll. Jetzt wissen wir es. Anstatt einer Strahlenkeule pro Senderichtung sollen es jetzt 64 sein. Je 8 nebeneinander und je 8 übereinander. Die elektrische Feldstärke beträgt nach 25 Metern 61 Volt pro Meter. Das ist dort, wo die ersten Nachbarhäuser stehen und bisher ein Grenzwert von 5, respektiv 6 Volt pro Meter galt. Dieser Wert von 61 Volt pro Meter nimmt bis zu einer Distanz von 11 Metern, das heißt bis Beginn der roten Zone, stetig bis auf 120 Volt pro Meter zu. Diese rote Zone, früher Sicherheitsabstand genannt, innerhalb welchen sich niemand länger als 7 Minuten aufhalten darf, betrug bisher 61 Volt pro Meter und lag je nach Kaliber der Basisstation zwischen 4 und 10 Metern. Bei 5G sollen es also 120 Volt pro Meter bei einem Abstand von 11,1 Meter sein. Die ICNIRP, die sich Internationale Strahlenschutzkommission nennt, in Wirklichkeit keine Behörde, sondern ein rein privater Verein ist, hat ihre Grenzwertempfehlungen bereits 5G-fähig gemacht. Diese lauten neu für den Frequenzbereich von 5G auf 200 Volt pro Meter für Arbeitsplätze und 90 Volt pro Meter für die Allgemeinbevölkerung. Das heißt, um 5G einführen zu können, müssten die Schweizer Anlagengrenzwerte von 5, respektive 6 Volt pro Metern komplett aufgehoben und der Sicherheitsabstand von heute 61 Volt pro Meter auf 200 Volt pro Meter angehoben werden. Das wird postwendend auch die WHO machen, da die ICNIRP dort als Top-Einflüsstörer wirkt. Ein erstes Baugesuch der Swisscom für eine 5G-Mobilfunkantenne nach Folie 2 liegt der Fachstelle für nicht-ionisierende Strahlung von Gigahertz.ch bereits vor. Laut Standortdatenblatt von Swisscom ergäbe sich hier in einer Distanz von 25 Meter 2,65 Volt pro Meter und in einer Distanz von 50 Meter 1,32 Volt pro Meter. Nach Ericsson wäre es jedoch gemäß Folie 2 in einer Distanz von 25 Meter 61 Volt pro Meter und in einer Distanz von 50 Meter 30,5 Volt pro Meter. Das wäre dann nach geltendem Recht eine Grenzwertüberschreitung, um das Fünffache. Woraus ergibt sich dieser frappante Unterschied von Faktor 23? Swisscom versucht die Anwohner mit folgendem Trick zu täuschen. Anstatt 64, also 8 mal 8, Strahlenkeulen pro Sektor, flunkern sie den Anwohnern vor, es gäbe nur eine einzige Keule und diese sende er erst nur mit 100 Watt effektiver Strahlenleistung ERP. Vergleicht man im selben Standortdatenblatt die Sendeleistung des 3G-Dienstes UMTS im 2100 Megahertz Band, sind sogar dort 1000 Watt ERP pro Sektor deklariert. Also eine zehnfach höhere Zahl als die angeblich 100 Watt Sendeleistung des 5G-Dienstes. Hier muss doch selbst dem blutigsten Laien auffallen, dass dabei 5G gelogen und betrogen wird, dass die Balken krachen.